In praktisch jedem grösseren Programm arbeiten wir mit Daten. Ob Sie eine App auf dem Smartphone betrachten oder eine Anwendung im Internet nutzen, es liegen immer Daten zugrunde, damit Sie etwas sehen. Diese Daten werden von Programm gesteuert und können in Datenbanken gespeichert werden. Datenbanken sind praktische Werkzeuge, um grosse Datenmengen sehr einfach zu verarbeiten. Ein Beispiel ist ein Webshop, wo es Kunden gibt, die eine bestimmte Bestellung machen und innerhalb dieser Bestellung gibt es mehrere Produkte. Hier wird an verschiedenen Stellen des Prozesses auf eine zugrunde liegende Datenbank zugegriffen. Schauen wir uns an, wie solche Datenbanken funktionieren. Die gebräuchlichste Form einer Datenbank ist eine relationale Datenbank. In solchen Datenbanken sind die Daten in Tabellen gespeichert, die miteinander verbunden werden können. Solche Verbindungen nennt man Relationen. So ist eine Datenbank wie ein grosser Behälter von unterschiedlichen Tabellen. Der Aufbau ist relativ simpel. Es sind letztlich einzelne Zeilen, welche die Datensätze darstellen und es sind die Spalten, in deren Werte gespeichert werden. Bei relationalen Datenbanken braucht man typischerweise SQL, Structured Query Language. Das ist die Abfragesprache, um mit Datenbanken zu kommunizieren. Machen wir mal eine kleine Datenbankabfrage. Sie wollen sich zum Beispiel die Kundenliste eines Webshops anzeigen lassen. Sie starten die Abfrage mit SELECT. Mit diesem Befehl rufen Sie Daten ab, die in einer Datenbank gespeichert sind. Mit dem Stern geben Sie an, dass Sie alle Spalten mit sämtlichen Informationen anzeigen wollen. Dann geben Sie an, von welcher Datentabelle die Daten kommen sollen. Mit SELECT Stern FROM CUSTOMERS erhalten Sie eine Liste von allen Kunden in der Datentabelle CUSTOMERS. Ersetzen Sie den Stern mit CUSTOMER NAME, kriegen Sie nur die Namen der Kunden zurück. Mit ORDER BY können Sie nach bestimmten Datenfeldern sortieren. Und mit ASC für Ascending oder DSC für Descending können Sie die Daten aufsteigend oder absteigend sortieren. Jetzt können Sie die Daten genauer analysieren, indem Sie sie filtern. Dazu brauchen Sie eine Art Wenn-Anweisung. Bei SQL ist das die WHERE-Bedingung. Zum Beispiel wollen Sie alle Kunden sehen, die in Mexiko wohnen. Dazu geben Sie ein SELECT, CUSTOMER ID, CUSTOMER NAME, CONTACT NAME. Also nur diese drei Spalten. FROM CUSTOMERS, der Name der Datenbank-Tabelle, und WHERE COUNTRY in Anführungszeichen MEXICO, die Bedingung, dass das Land MEXICO ist. So kriegen Sie eine Tabelle von sämtlichen Kunden, die in Mexiko wohnen. Sie können das beliebig erweitern, zum Beispiel mit OR COUNTRY gleich SWITZERLAND, um Personen aus Mexiko und der Schweiz anzuzeigen. Mit SELECT DISTINKT COUNTRY können Sie alle doppelten Werte in COUNTRY herausfiltern. So kriegen Sie eine Liste von allen unterschiedlichen Ländern in dieser Datenbank-Tabelle, um zum Beispiel zu sehen, wo Ihre Kunden wohnen. Wie können Sie neue Datensätze erstellen? Das ist ganz einfach. Und zwar können Sie mit dem Befehl INSERT INTO der Datenbank mitteilen, dass Sie Daten hinzufügen möchten. Sie geben die Tabelle an, in die Sie neue Werte einfügen möchten, hier CUSTOMERS. Dann folgen in Klammern die einzelnen Felder, CONTACT NAME, CITY, COUNTRY und nach dem Befehl VALUES die entsprechenden Werte, die Sie einfüllen wollen. In Anführungszeichen MATTER STÖRMER für CUSTOMER NAME, BERN für CITY und so weiter. Mit dem erneuten SELECT-Befehl wird klar, dass der neue Eintrag erfolgt ist. Wie Sie sehen, kann man mit SQL sehr einfach mit Datenbanken arbeiten, Daten einfügen, herausholen, filtern, aggregieren und so weiter. Mit SQL gibt es praktisch keine Grenzen, was Sie mit Daten alles tun können. Und Sie werden sehen, mit ein bisschen Übung können Sie so riesige Datensätze analysieren und bearbeiten. Eine wichtige Kompetenz in der heutigen digitalen Welt. Szenar